Ich bin Andreas Kuhnau und ich möchte Ihnen jetzt mal drei kleine Übungen zeigen, die mit Lach-Yoga zu tun haben und die Sie ganz einfach selbst zu Hause anwenden können. Jetzt hier drei kleine Glücks-Smileys, die kann man sich zum Beispiel im Spielbahnhandel besorgen oder Sie können auch einfach Kaffeebohnen oder etwas Ähnliches nehmen. Es geht nur darum, das hier einmal zu visualisieren und ich stelle mir jetzt vor, dass ich diese Glücks-Smileys mit meinem Lachen beschenke. Ich lache sie an und... Ja, und wenn diese Glücks-Smileys, das Lachen haben die natürlich aufgenommen, dann kann ich die mir zum Beispiel mitnehmen, in die Hosentasche stecken und habe bei nächster Gelegenheit etwas, was ich hervorholen kann, wenn mir gerade nachzumute ist, wieder mich mal an diesen schönen Moment zu erinnern. Ein Lach-Yoga-Klassiker für euch, den man überall machen kann, wo man gerade ist. Und er ist ganz einfach. Er geht so. Ho ho ha ha ha, ho ho ha ha ha. Ho ho ha ha ha, ho ha ha, ho ha ha. Als drittes stellen wir uns vor, wie wir einen großen Nachtballon gemeinsam aufblasen. Ho 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 Ja.